Die wissen, dass ihr da seid, ne? Die kommen jetzt. Ja, klar. Nein, von hinten. Bo! Das kann nicht sein, dass ich so viel Pech hab. Die anderen beiden laufen einfach weg. Alles gut, guck mal, da kommt einer von hinten gerade. Genau in dem Moment. Der kann nicht mal was. Uh, an der Ashika hatte ich immer ein bisschen spaßiger in Erinnerung. Man darf nicht in eine Respawn-Schleife kommen. Bisher haben wir das eigentlich ganz gut irgendwie geschafft dann. Wenn man halt in die letzten so zwei, drei Zonen, wenn dann noch der Respawn da ist, wenn du dann noch ein Respawns, dann hast du ein Problem, ne? Weil dann hast du gar keine Wahl mehr, wo du hinkannst und kannst nicht mehr hochlooten und so. Das auf jeden Fall. Oder ich bin jetzt knallhart und spiel doch Sniper. Es fühlt sich halt eigentlich bisher am besten immer an, ne, bei mir. Aber auf der Map schwierig. Dom hat immer viel Schaden, viele Kills. Ich habe viel Schaden, keine Kills. Und, äh, Hardy hat einfach keine Kills. Wir sind noch nicht komplett im Mindset drin, was wir, glaub ich, brauchen. Ja, ich glaub auch. So, wir müssen, wir müssen irgendwann so richtig kleine Pipi machen und sagen, okay, ich kämpfe jetzt erstmal nicht mehr, tschüss. Wir brauchen echt kleinen Pipi, Mann. Ja, aber haben wir leider nicht. Nein. Ja. Der läuft mir so hinterher. Da kommt noch einer. Der andere ist weggelaufen. Weiß. Nein, das ist ein anderer. Oh, ich dachte, das bist du, Louis. Ach, du hast den auch, ne? Okay. Ja. Ich dachte, das warst du. Danke dir. Okay. Gibt es hier noch Platten? Ist ja alles irgendwie leer gelootet oder was. Ja. Bro. Er schießt auf dich, trifft mich oder was? Luli. Da kommt einer. Ne. Ich habe keine Platten mehr. Ich kriege mir nichts. Ja, die pushen so langsam irgendwie. Die Hallen hier hinten sind anlootet bei mir. Oh, nice. Dann komme ich. Ja, dir folgt einer, Hardy. Pass auf. Also, hier vorne ist immer noch einer. Ja, komm, wenn er mich anschiebt, dann muss man uns die ganze Zeit nehmen, so. Das ist der letzte, ne? Ja. Cheap break? Nice. Wuuuups. This is how we do it. Ich will, dass die alle Geld haben. Wir probieren es. Ohne im Einsatzgebiet. Oh, der fuck. Eine raus. Eine ist jetzt in der Halle und eine vor der Halle, für euch gesehen. Nein. Ach, Digga. Reite vor mir. Hast du den einen? Ja. In der anderen. Nein. Oh Gott. Was ist das? Okay. Die wurden doch alle nicht auf der Web angezeigt. Doch. Die wurden angezeigt. Ja, aber irgendwie. Ach, I don't know. Oh, der fuck, Mann. Nein, nein, nein. Wenn du den Finish nicht holst, kriegst du die auch nicht angezeigt. Ja, ich weiß. Dennis, da sind die Leute, ne? Also. Ich will aber... Da war noch ein paar mehr als ich dachte. Ja, okay, aber du musst 20 Sekunden bitte überleben. Oh Gott. Nein, der hat mich gesehen. Das ist egal. Jetzt kannst du sterben. Nein. Doch, ist mir egal. Die wissen, dass ihr da seid, ne? Die kommen jetzt. Ja, klar. Nein. Von hinten. Bo. Das kann nicht sein, dass ich so viel Pech habe. Die anderen beiden laufen einfach weg. Alles gut. Guck mal, da kommt einer von hinten gerade. Genau in dem Moment. Der kann nicht mal was. Oh mein Gott. Er ist mir nicht sauer. Wir haben wirklich... Also, so eine... Zeit gerade. Puh. Die Frage, sind die noch da drüben? Ja. Wir werden von rechts oben abgeämt. Auf dem anderen Haus, oder nicht? Oder was man? Ja, also von links und von rechts. Ach so, da. Das Haus ist One-Shot. Und was schießen wir? Ja, ach, na klar. Links von uns auch noch jemand? Die kämpfen jetzt gegeneinander, oder? Nö, die fighten mit mir. Das sind die, die uns vorhin schon zweimal gekillt haben. Nice. Hä? Sollte der mich sehen? Ah, die wieder da. Neun Sekunden bin ich da. Na, ich werde hier, glaube ich, eher nicht mehr rauskommen. Ah, alles gut. Du könntest, glaube ich, also... Ich glaube, wenn du einen Weg gehen solltest, dann ist es der nach rechts oben. Der da oben will dich. Der hier. Leider sehe ich ihn nicht so richtig. Ich habe den. Ich werde von ihm einen anderen leider beschossen. Oh, wie habe ich das überlebt? Oh, was eine Katastrophe. Warum geht er da lang? Es gibt keinen Grund dafür, da lang zu gehen. Was schießt du da, Gustav? Ähm, am Shop. Ja. Na, ich bin runtergefallen. Rechts vom Shop und links vom Shop ist es jeweils ein Team. Ja. Aber die da bei Gustav, die sehen... Alter, was war das denn jetzt so wieder? Ich zieh mich raus. Uh, ich schieb gerade hier mal ein bisschen spaßiger in Erinnerung. Nein, Dore wird gejagt. Ehrlich? Cool. Ich bin gerade gespawnt. Ja, ja. Oh, strong. Überfindung schon genau. Perfekt. Übermehr? Ach so. Nein. Hä? Ich bin auch gespawnt. Ja, keine Ahnung, wer mich da jetzt weggelasert hat. 35 Sekunden. Ihr habt rausgedrückt? Perfekt. Ich denke, ich muss landen, ansonsten komme ich zu gar nichts. Ah, ich habe da einfach keinen Schauen. Ich habe da reingetubt. Sheepreak einen. Den Head geschauten mit einem Headshot. Einer fliegt hier mit dem Heli? Was ist denn nur mit ihm los? Ich glaube, das sind echt Noobs, Digga. Wirkt gerade so, ne? Du behältst, Sheepreak? Ich habe einen noch. Nice. Ah, hier ist eine Plattenkiste. Nein, hier ist noch einer. Oh, ich habe keine. Wir müssen hier Zugriff machen, eigentlich. Beide weg. Schön. Noch ein Moditor von dem anderen, oder? Ja. Ich glaube auch, dass es zwei Teams waren. Sieben andere Leute noch. Sheepreak einen. Nein, der ist noch hier drüber gesprungen. Wir können da oben draufstehen. Shitbreak. Tot. Nice. Vier, vier, zwei. Unsere Zone, unsere Zone, unsere Zone. Ich mache einen Prezi da drauf. Wichtig. Da war noch einer. Ich habe mit dem Prezi einen gefinisht. 2v2, 2v2. Der ist chaot. Der andere ist auch schon chaot. Der rennt da rein jetzt. Der kommt hier oben. Ach da, ja. Haben wir getroffen. Let's go, Mann. Let's go. Danke schön. Baby. Ja, jetzt aber auch mal fürs Mindset, Jungs. Ja. Geht euch aber auch mal darüber. Ne, das war jetzt auch eine feine Ende hier. CyberGhost, Abo, auf Lebenszeit. Ja, Baby, gibst mir hart. Das ist das, was ich mir vorstelle. So, jetzt hätte ich Bock auf nur TTV-Lobbys. Es waren auf jeden Fall schon Leute mit Putzen-Clantech in der Lobby. Alter, krass, Mann. Wirklich, sobald hier kein Shop ist, ist hier niemand, ne? Ja, ja. Ist wohl krass. Oh, ein Server ist tot. Oh, nee. War nur, aber fast tot. Ja, es war eins vor, halt. Eins vor, wirklich. Das Spiel ist wirklich eine Lachnummer, ne? Muss man ehrlich sagen. So, bin ich so negativ jetzt, mein Gott. Ja, jetzt sei doch nicht so, Mann. Das Spiel versucht als Beste. Euch macht das Spaß, oder? Das Game. Ich hab den Spaß meines Lebens gerade. Hört man dir auch aus der Stimme raus, Dennis. Du bist so motiviert wie noch nie. Ich freu mich auf Velo, Junge. Das ist mein Game. Oh, hi. Oh, mein Mann. Was denn da jetzt? Sheepreak. Der kommt doch jetzt nicht davon, oder? Bei mir sind einige. Ich habe zwei von diesen. What the f*** ist die using, Mann? Feinde landen. Der wird da drauf landen. Was sind das für Bots? Da drin. Ja, gerne mehr von solchen. Ich schmeiße ihn einfach hier aufs Haus. Auch noch eine Drohne mitgenommen. Mois. Oben, oben, oben. Hat er nicht komplett, ne? Ne, der ist knock-off-info. Nice, schön. Ich kann nicht antippen. Ich hab noch ein Self-Rest, alles gut. Wo ist denn jetzt der Loadout? Ich hab den oben drauf müssen. Ähm, okay. Also müsste. Äh, jup. Hat da nicht grad jemand gehustet? Na, der ist er. Hier ist einer gelandet. Zu mir, ne? Au, ich wurde von irgendwo gesniped. Oh, Mörser gemacht. Da ist noch einer gelandet an dem Loadout. Ja. Ich konnte den nicht finishen, den einen. Ich hab den finished. Schön. Der muss hier sein. Shitbreak bei dem Sniper hier. Oh, die landen zwei. Zwei landen bei dir. Einer noch. Hab einen. Shitbreak. Beide. Schön. Jungs, da ist wieder wer bei den Loadouts gelandet. Ja. Okay. Das one-shot lockern, dann sind wir. Bei den Loadouts. Das ist schön, Leipzig mal. Top. Sauber. Äh, das können wir. Ich hol mir das auch. Diese, diese Ballons fliegen einfach mit in die Zone rein, oder was? Das ist ja cool. Ja, das ist echt cool. Finde ich auch cool, dass sie das nur auf der kleinen Map machen und nicht auf der großen, wo man das auch braucht. Ja, Steady. Ich wollte gerade sagen, irgendwie unterstütze ich seine Meinung nicht. Ah, 16 andere Spieler noch. Auf sieben. Mhm. Der da, der da hat mich angeguckt. Also da in dem Haus. Unten einige. Ja, hier. Ich komm wieder da zu euch. Hier rechts hinter uns ist was gelandet. Irgendwo hier, glaub ich. Dahinter, glaub ich. Das ist grad ganz gut. Man kann noch ein bisschen clearen hier. Ja. Ja, aber den, hä, kannst du nicht skip machen, ne? Kein springt ab. Was ist der da? Knock. Wer von rechts angehängt. Knock. Hier rein. Der ist nach hinten raus. Was macht der denn da im Wasser, der Idiotensohn? Ja, beschäftige dich einfach nicht zu sehr mit dem, oder? Ja, es ist doch sehr im Wasser. Die pushen mich, die pushen mich. Hier. Nee, doch nicht. Der ist knock. Der ist knock. Der Typ ist hier weg irgendwie, oder was? Ja, ja, der will, dass seine Mates wiederkommen. Okay. Ich hab ihn kurz gesehen. Am Lowdown. Kommt runter zu uns. Der oben ist weg. Ich hab unten einen. Hier ist einer. Auf zwei Teams irgendwie. Hinter mir? Hinter uns, ja. Hinter uns ist fast Schildbreak. Den nicht gefunden da oben. Der ist Schildbreak? Der ist weitergelaufen einfach. Okay. Hier, hier, hier. Na, landet noch einer. Nice. Der ist so low. Oh, nehm hier. Peace out. Wie half ich drauf springt. Unter uns wird noch jemand angezeigt. Hä? Ich hab den geholt gerade. Ah, nice, danke. Der ist down. Sehr souverän bisher. I like it. 9 auf 4. Ich werd von rechts oben angeaimt. Ja, ja, das könnten die eventuell sein. Die müssen weg, die Jungs da oben. Hab den einen weg. Schön. Noch ein Team. Ein Team. Hier, 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 hier. Knock. Beide Knock. Einer finished. He's cheating. Hab den letzten, letzten sauber. Ja! Nice! This how we do yo! Das war's! Ja, geil, dann können wir das... Ich hab übrigens 23 Kits gemacht. Ich nicht. Ich hab immer alles gut markiert und angehintet, aber so ist es so ein Sniper. Gigi's!